Hä? Was ist das denn hier? Was hat Danny denn hier schon wieder gebaut? Und was ist das hier in der Mitte? Ist das ein schwarzes Loch? Oh mein Gott, ich werde sogar reingezogen. Seht ihr das, Leute? Warte, was? Sobald ich nach oben springe, werde ich reingezogen. Verdammt, hier komme ich nicht raus. Aber vielleicht hier hinten. Oh mein Gott, ich bin doch rausgekommen. Aber was versteckt Danny hier? Haha, Leute, ich bin einfach im schwarzen Loch. Und hier kann ich in Ruhe meine Diamanten verstecken. Denn Rubbix wird niemals auf die Idee kommen, in das schwarze Loch reinzugehen. Okay, Leute, ich habe mir ein paar Blöcke gefarmt. Da oben ist nämlich ein Fenster. Da will ich auf jeden Fall mal reinschauen. Was, eine Kiste? Oh mein Gott, da sind wahrscheinlich meine Diamanten drin. Aber was sagt ihr, Leute? Was versteckt Danny hier?